Hi, hier war ein kleiner Video-Quickie zu den SSO-CC-Coils von Kangatech. Ich habe einmal wieder welche bestellt bei Gearbest. Da liegen die im Moment bei 643. Ist vielleicht zu den deutschen Kursen dann nochmal eine Ersparnis. Mir ging es auch darum zu wissen, ob denn diese Coils hier ein Original sind oder ob ich da eine billige Kopie kriege. Allen anscheinend nach ist alles hier original. Ich habe die auch überprüft über diesen QR-Code. Das scheint okay zu sein. Die Coils selber werden in der Originalverpackung auch ausgeliefert. Von Kangatech sind da welche für Top-Tanks. Eigentlich geht die ganze Serie damit. Ich habe es probiert mit zwei verschiedenen aus der Serie der Top-Tank-Serie. Die klappt damit wunderbar. Und 0,5 Ohm finde ich halt von den Werten für mich optimal auch. Beipackzählchen, immer der Hinweis hier, vorher prime die Köpfe, bevor man sie dampft. Denn sonst hat man sehr schnell einen ziemlich widerlichen Weitergeschmack im Mund. Muss ja nicht sein. Alles klar. Also das war es schon wieder hier. Angebot gerade bei Gearbest, glaube ich ein bisschen runtergesetzt. 6,43 Euro. 5 Stück. Ciao. Ciao. Tss. 159 Euro. 156 Euro. Es geht bei der Gitä.